Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst und Gartentechnik und ich zeige euch jetzt, wenn wir mit der Stiel MS-326C entsprechend die Ausführung mit der Emtronic, also die geht richtig flott an kleinen oder mittelgroßen Käferbaum umschneiden. Wichtig ist natürlich Sicherheit beachten, komplette Schutzausrüstung. Sollte man haben, kriegt es natürlich auch bei uns. Entsprechend Sicherheitszone schaffen, dass die Helfer aufpassen, dass keiner kommt oder absperren entsprechend. Dann freischneiden und in dem Fall mache ich es jetzt mal mit dem Fellheber starten. Keil, geht natürlich auch. Starten, Bremse rein. Ohhhh 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 Ruh, 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 ruh. Ruh, 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 ruh. Ruh, 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 ruh. Ruh, 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 ruh. Ruh, ruh, ruh. Ruh, ruh, ruh. Ruh, ruh, ruh. Ruh, ruh. Ruh, ruh, ruh. Ruh, ruh. Ruh, ruh. Ruh, ruh, ruh. 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 Ruh, ruh.